Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Samuel an. Dieser hat über WooWe geschrieben welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. WooWe Review, die Plattform im Test. Einfach Geld verdienen und ein Nebeneinkommen aufbauen? Kein Problem, mit WooWe soll das ganz einfach sein. Man erledigt Aufgaben im Internet und bekommt dafür Geld. Was ist so gut daran? Es ist kostenlos, man kann es von überall aus machen und es ist risikofrei. WooWe bietet eine geniale Möglichkeit für jede mit einer Internetverbindung etwas Geld in einer freien Minute dazu zu verdienen. Was ist WooWe? WooWe ist ein Netzwerk-Marketing-Unternehmen. Sie bekommen Aufgaben von anderen Unternehmen, welche dann an die Mitglieder weitergereicht werden. Die Plattform ist bereits ein gutes Jahr alt und ist eine deutsche Firma. Das junge Entwicklerteam hat viel daran gesetzt, dass jeder mit ihrem Konzept klarkommen kann. Sie haben eine simple Benutzeroberfläche für Jung und Alt geschaffen. In WooWe profitiert jeder. Die Hersteller genauso wie jeder einzelne Kunde. Dafür sorgen verschiedene Level, Boni und ein Gewinnsystem. Wie genau funktioniert WooWe? Es gibt keine Kosten für eine Mitgliedschaft und auch keine sonstigen Zwänge oder Verpflichtungen. Mit WooWe zu arbeiten kann von überall ausgemacht werden, wo es Internet gibt. Also so ziemlich überall. Man loggt sich ganz einfach in die Webseite ein und erhält eine Aufgabe. Diese führt man aus und schon erhält man die Bezahlung. Lebt man Freunde ein, gibt es auch dafür Prämien. Dazu kommt noch ein Gewinnspiel, bei dem jedes Mitglied teilnehmen kann. Wöchentlich gibt es eine Verlosung, wo man Geld gewinnen kann. Die WooWe Aufgaben. Die Aufgaben sind eigentlich immer gleich und nehmen gerade einmal etwa 90 bis 180 Sekunden in Anspruch. Sie kommen von anderen Unternehmen, welche sich Popularität einkaufen wollen, um bessere Chancen auf dem Markt zu haben. Sie geben eine große Bestellung an die Plattform, welche dann gleichmäßig an alle Nutzer verteilt wird. Ein typischer Auftrag ist in fünf Schritten aufgebaut. Zuerst sucht man das vorgegebene Stichwort in Google. Dann klickt man kurz auf das erste Ergebnis, welches keine Werbeanzeige von Google ist. Darauf muss man achten, sonst wird die Aufgabe abgebrochen. Aber keine Sorge, vor jedem Auftrag wird dies noch einmal genau beschrieben. Folgend sucht man nach der spezifisch gefragten Webseite. Diese ist meist an zweiter bis fünfter Stelle. Dort klickt man darauf und bleibt eine gewisse Zeit auf der Hauptseite der Webseite. Meist 80 bis 120 Sekunden. Eine kleine Uhr in der rechten unteren Ecke des Bildschirmes wird auf der Seite erscheinen und zeigt die genaue verbleibende Zeit an. Um den Auftrag erfolgreich abzuschließen, muss man dann nur noch einen, oft vorgegebenen, Punkt in der Menüleiste der Seite anklicken und schon hat man Geld verdient. Das ist vielleicht etwas umfangreich beschrieben. In Wirklichkeit braucht es aber nur gerade einmal ein paar Sekunden. Und während der Wartezeit kann man ja ganz gut noch etwas anderes machen. Alle Aufgaben sind so aufgebaut. Am Tag stehen etwa zwei bis vier solcher Jobs zur Verfügung. Manchmal sind es mehr und ganz selten noch gar keine. Aber dank der Webseite von WooWi kann man auch schon sehen, welche die nächste Aufgabe ist und wann diese verfügbar ist. Wie ist der Verdienst? Jede Aufgabe bezahlt sich unterschiedlich. Ich habe schon Werte von 3 bis 15 Cent gesehen. Davon bekommt man einen Prozentsatz entsprechend dem eigenen Level. Die Level gehen von 1 bis 10. Das mag erst einmal etwas mager aussehen, aber keine Sorge, dazu wird noch einiges kommen, wenn man nur etwas Zeit und Arbeit investiert. Durch die anderen bereits erwähnten Wege, wie Verlosung und Affiliate Marketing, vermehrt sich der Betrag sehr schnell. Man kann sich seine Verdienste ganz normal auf die Bank überweisen lassen oder auch mit Paypal ausgezahlt bekommen. Zahlungen sind aber erst dann möglich, wenn man mindestens 5 Euro im Monat erwirtschaftet hat. Sollte das nicht passieren, geht dein Monatsbetrag nicht verloren, sondern wird einfach in den nächsten Monat mitgenommen. Die Level in WooWi. Wie bereits erklärt, gibt es 10 Stufen, in denen man steigen kann. Hat man einmal eine Stufe erreicht, behält man diese auch. Logischerweise startet man mit Stufe 1. Da bekommt man 10 Prozent des maximalen Profits. Nach dem Erfüllten von 25 Aufgaben bekommt man Rang 2. Hier gibt es 20 Prozent. Ab 50 erfüllten Aufgaben steigt man in Level 3. In Level 3 bekommt man 30 Prozent. Erfüllt man 100 Jobs, so ist man in Level 4. Dabei gibt es dann 40 Prozent des Profits. Stufe 5 erreicht man ab 200 Aufgaben und bekommt dafür dann schon 50 Prozent. Und genau so geht es weiter. Jedes Level hat einen dementsprechenden Prozentsatz. Bei Level 10 gibt es dann den ganzen Profit, also 100 Prozent. In Stufe 6 ist man ab 350, Level 7 ab 550 und Level 8 ab 800 erledigten Aufgaben. Stufe 9 ab 1100 und die maximale Stufe 10 ab 1450 Aufträge. Wer also dran bleibt, bekommt am Ende alles. Affiliate Marketing bei WooWi. Affiliate Marketing ist ein System, bei dem man belohnt wird, wenn man neue Leute zu dem Unternehmen bringt. Hier findet diese Belohnung im prozentualen Anteil statt. Es gibt 10 Prozent des Gewinns jeder Person, die sich über deinen Link angemeldet hat. Außerdem gibt es eine Prämie von 2 Euro, sobald jemand die ersten 5 Euro verdient hat. Es kann also sehr profitabel werden, wenn man bedenkt, dass man dafür nichts tun muss, außer Leuten von WooWi zu erzählen. Gewinnen bei WooWi. Mit jeder Aufgabe oder wenn man einen Freund dazu bringt, gibt es Punkte. Von diesen Punkten kann man dann Lose kaufen. Jedes Los nimmt einmal an der wöchentlichen und einmal an der monatlichen Verlosung teil. Jede Woche werden 50 mal 1 Euro an die Mitglieder von WooWi verlost. Und jeden Monat 4 mal 25 Euro. Das ist ein kleines Extra, bei dem man sogar sehr gute Gewinnchancen hat. Meine persönlichen WooWi Erfahrungen. Ich bin noch Schüler in der 11. Klasse, habe also kein stabiles Einkommen. Als Schüler können 10 bis 20 Euro extra im Monat schon echt hilfreich sein. Deshalb habe ich mich bei WooWi angemeldet und ein paar Aufgaben gemacht. Die Aufgaben funktionieren wie oben beschrieben. Echt reibungslos. Inzwischen habe ich sogar schon 13 meiner Klassenkameraden von WooWi überzeugen können und bin bereits auf Level 4. So habe ich an meinem letzten Monat fast 15 Euro bekommen. Einmal hatte ich sogar das Glück, die monatliche Verlosung von 25 Euro zu gewinnen. Das ist wirklich ein toller Lohn dafür, dass ich einfach morgens im Bus oder beim Frühstück mal ganz kurz vom Handy aus auf eine Webseite schaue und Freundin davon erzähle, wie einfach es ist, etwas dazu zu verdienen. WooWi Review – mein einfach verdientes WooWi Taschengeld. WooWi ist ideal für jeden, der etwas extra Taschengeld zu schätzen weiß oder Erfahrungen mit Network Marketing sammeln möchte. Da WooWi komplett kostenlos ist, kann man nur gewinnen. Erfahrungen und Geld – zwei Dinge, die jeder gut gebrauchen kann. WooWi ist ein wirklich einfacher, seriöser und interessanter Weg, Geld zu verdienen. Und vor allem, wenn man dranbleibt und Level 10 erreicht, lohnt es sich richtig. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de